Jetzt ist willkommen zurück zu Blitzpilten, wir haben zu viel. Und jetzt muss ich auf das Strandhaus. Und... Ich muss die Kürze. Ich werde dir Zeit bekommen, wenn die Kürze dabei ist. Was ist los? So... So, 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 so. Nein, 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 nossa. Aber ich kann noch was. Ich bin schon. Inweiliggequemfer müsste ich nicht ... Vor all die Kaysentkämpfer um die ... ... Sternein, Tränember schooling. So geht es halt so schön. Das ist ganz schön. Ach, Winkal. Das ist nur los. Ich werde die Schnurrisse haben. Ich werde die Schnurrisse haben. Du hast deine Feierigkeiten bewiesen, dass du am Schein bestätigst. Da sind 6 versuchte Spuren. Ich hoffe, ich putze die. Wisst ihr, dass jetzt noch hier ist es schon? Was? Ähm, das hier gehört und das da hin? Okay, die ist da hin. Was für diesen Dings braucht? Okay, ich hätte auch nicht viel erschrocken. Hm? Hallo, ich bin Budmau. Okay, und Crick hat mich auf der Puffer zu konzentrieren. Das ist das Bild der Wohle. Aber das ist auch im Grünen gezeichnet. Ich habe nicht mehr so mehr hingehen, wenn ich verflächen muss. Das ist das Bild der Wohle. Wenn ich drüben, kämpfe Witz ist, um mir jetzt noch kein Paket zu geben. Das bin ich vielleicht. Das bin ich schon. Oh, das muss kosten. Das ist doch blöd. Ah ja? Was machst du hier? Ich bin vom Team Aqua. Du hast mich im Boden gesteckt. Bist du dich? Wie? Das ist für dich. Vergeben und vergessen. Aber verdammt, du hast unsere Pläne so nicht gemacht. Ich wollte es ausgleichen etwas mit Pindersacken machen. Also, ich muss sagen, da war doch. Es gibt einen Britten. Ja, und wenn du Cricksohn sind? Der bin ich. Ah, das müssen die Stücke sein. Die Spannungszeitung von Diffen bestellt. Dankeschön. Das ist großartig. Wir können uns direkt über die Zürcher verkaufen. Hehehehehe. Warte, das ist auch viel zu schwer für mich. Wir nehmen das halt. Diese Teele. Und so groß sind wir diese Teele haben. Die sind die Teele. Die sind die Teele. Die sind die Teele. Ah, ich schluss nicht. Die sind die Teele. Oh man, was war das? Was war das für verdammte Hütze? Ah, du warst nicht. Ich war das für die Teele. Die sind 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 die Teele. Die kann ich da sein. Die sind die Teele. Und nun, weil wir die Stücke nicht willkommen, können wir uns auf etwas gefeucht machen. Ah, gescheit! Ich hatte nicht damit gerecht, weil das ein Erdnisseskind in den Nerven nervt. Ich bin gekommen, um zu sehen, warum ihr so lange braucht und was sehe ich, wie die Jugendlastung von einem kleinen Kind, die super versatzen. Ich bin Arien von Team Agma. Kannst du mir verweilen, warum sie sich in die Erwarnpläge von Team Agma heimlich lieben? Und nun Menschen mit all das Leben, was sie dafür kaufen, dass wir am Erdnisseszimmer quasi verdienen, außer ein bisschen nervös. Weiß und schau mal, dass wir uns einen großartigen Auftrag bestellen haben. Das ist wahrscheinlich noch so geil. Da kannst du unsere Ideale einfach noch nicht verstehen. Aber wenn du dich hier mal so, doch. Gegen uns ist es so gut, wenn sich die Welt so zuschmogen wird, das ist ja auch eine Wegekunft. Du bist zu hart, du bist wie das. Wow, das war eine kritische Situation. Dann bist du so eine Katastrophe. Oh, fast habe ich vergessen, dass du uns jetzt alle von Team gebrannt hast. Auch meine Schuhe zu behalten? Hoppla, bitte für keine Zeit mehr. Dann ist es so schnell wie möglich zur Expedition zum Meer aufbrechen. Danke. Und entschuldige mich. Interessant. Das ist so schnell wie möglich. Was ist denn das hier? Was geht hier rein? Was ist denn das schade? Hast du das schon mal geschafft da hier? Ja! Da hol ich die Maas an! Das ist gut! Oh, was ist denn das hier? Oh! Da ist noch ein paar kleine Farbengefangen. Und vier Schnauhe. Ich kann das nicht gut sein. Wunschten komm uns schon weitergegangen. Wunschten, wunschten komm uns schon weiter drehen. Woa... Jetzt hat er keine Spächer. Was ist das eine Alpohol? Das ist ein Pat's Flick, das ist ein Alpohol. Das ist die Alpohol. Das ist die Alpohol. Was ist das? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Ach! Könntest du mal? Ich muss doch nur hier gehen Ich muss jetzt schon mal wieder zurück Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute.